Ja, liebe Kinder, in ganz ungewohnter Atmosphäre, ohne euch als Zuschauer, stehe ich jetzt hier vor der Kamera, um eine Geschichte aus der Waldfibel vom Hollypond Hill zu lesen. Ja, wir haben es alle nicht einfach, wir alle müssen zu Hause bleiben. Das Osterfest rückt näher und es ist so langweilig. Das geht mir genauso. Man muss sich was zu tun suchen, man kann aber auch ein Buch lesen und ich lese euch heute einfach mal etwas vor, damit euch die Zeit nicht so lange wird und natürlich wollen wir damit auch so ein bisschen in die Osterzeit reingehen. Heute hören wir die Geschichte vom Kuchenwettbewerb in Hollypond Hill. Es war Sommer geworden und das bedeutete, ganz Hollypond Hill bereitete sich auf den Jahrmarkt vor. Bei Familie Boxwood herrschte große Aufregung, besonders bei Emily. Emily wollte unbedingt den besten Beerenkuchen von Hollypond Hill backen und damit den Kuchenwettbewerb gewinnen. Dann bekäme sie den begehrten Jahrmarktpreis, einen Topfkuchen mit blauer Schleife, den Frau Harrisford, die berühmte Bäckerin, für sie backen würde. In den letzten Tagen hatte Emily dazu Beeren gesammelt. Das war gar nicht so einfach gewesen. Nicht etwa, weil die meisten Beeren von Dornen geschützt sind, nein. Vor allem, weil ihr kleiner Bruder Oliver, der ihr helfen wollte, am liebsten jede Frucht gleich vor Ort in den Mund gesteckt hatte. Doch ihr wunderbarer Kuchen war fertig geworden. Emily war sich sicher, dass sie dieses Mal gewinnen würde. Und dann das. Als Emily in die Küche kam, fand sie keinen Kuchen mehr. Sie brauchte gar nicht zu fragen, was passiert war. An Olivers Lippen hingen noch Krümel und ein großer Bärenklecks prangte auf seiner Nase. Oh, du Unglücksrabe! In zwei Stunden ist der Wettbewerb und du hast den Kuchen gegessen. Oliver, jetzt musst du mir helfen, damit ich noch einen Kuchen backen kann. Emily war sichtlich verärgert. Ihr Bruder schaute schuldbewusst zu Boden. Ich wusste nicht, dass es dein Kuchen war. Aber lecker war er, wagte er zu sagen und erntete einen bitterbösen Blick. Während Emily neuen Teig knetete, ließ sie ihren Bruder nicht aus den Augen und beobachtete, wie er die restlichen Beeren vorsichtig von ihren kleinen Stängeln befreite. Nach einer Stunde war der Kuchen endlich fertig. Er war ein bisschen schief und krumm geraten, aber das ließ sich jetzt nicht mehr ändern. Emily stellte ihr Kunstwerk enttäuscht zur Seite und sagte zu Oliver, Oliver, ich will trotzdem teilnehmen, ob ich gewinne oder nicht. Du kannst ja schon zum Festplatz gehen. Ich komme dann mit dem Kuchen nach. Oliver ging also los. Es tat ihm leid, dass er den ersten Kuchen gegessen und damit seine Schwester traurig gemacht hatte. Andererseits war der Kuchen so lecker gewesen, dass es ihm auch leid getan hätte, wenn er ihn nicht gegessen hätte. Plötzlich duftete es so hervorragend. Oliver wusste genau, da musste er hin. Und damit hatte er auch recht. An der Festwiese gab es ein Blaubeermuffin-Wettessen. Er begrüßte die beiden anderen Teilnehmer, seine Freunde Max, das Eichhörnchen und Peter, den Mausejungen. Ha, denk nicht mal drüber nach, rief Max. Trotz deines ewigen Hungers kannst du mich nicht besiegen. Ja, piepste Peter. Und mich auch nicht. Machst du trotzdem mit? Oliver nickte. Klar bin ich dabei. Immerhin bin ich den ganzen Weg von zu Hause gelaufen. Da bekommt man Hunger. Äh, Oliver, du wohnst doch dort hinten in dem Haus. Das ist doch gar nicht so weit. Du kannst doch noch gar keinen großen Hunger haben. Max musste lachen. Da rief der Schiedsrichter die Teilnehmer des Wettessens auf, sich an den Tisch zu setzen und es ging los. Unterdessen hatte Emily ihren Kuchen bei der Jury abgegeben. Sie versuchte aus den Gesichtern der Testesser herauszulesen, ob ihr Kuchen schmeckte. Aber niemand verzog auch nur eine Miene. Und das ganze zwölf Kuchen lang. Die anderen Kuchen waren so schick und anspruchsvoll. Dagegen sah ihrer wie ein Schwächling aus. Dann endlich war es so weit. Frau Harrisfott trat aus dem Beratungsraum. Emily faltete ihre Hände und hoffte inständig, vielleicht mit viel Glück zumindest den dritten Platz gemacht zu bekommen. Die berühmte Bäckerin hob einen Zettel hoch und verlas die Namen des zweiten und dritten Platzes. Doch Emily war nicht dabei. Emily wollte sich schon enttäuscht zurückziehen, als sie plötzlich ihren Namen hörte. Emily Boxwood ist die diesjährige Gewinnerin unseres Waldbeerkuchen-Wettbewerbs. Frau Harrisfott lächelte Emily an und übergab ihr den lang ersehnten Topfkuchen mit blauer Schleife. Besonders schön war der Kuchen ja nun wirklich nicht. Aber geschmeckt hat er. Der hat so gut geschmeckt, dass alle Kuchen-Wettbewerbsrichter gleich vergessen haben, wie er aussah. Überglücklich umarmte Emily ihre Mama Victoria Rose und rannte zum Tisch der Wettesser, um ihrem Bruder die Neuigkeit von ihrem Sieg zu bringen. Als sie dort ankam, wunderte sie sich, warum die Erwachsenen Psst sagten. Aber als sie zu den Tischen sah, musste sie lachen. Max, Peter und Oliver lagen mit den Köpfen zwischen den Muffins und schliefen. Sie hatten so viele Blaubeermuffins gegessen, dass sie einfach eingeschlafen waren. Papa, Dr. Edmund Boxwood, nahm seinen Sohn auf den Arm und trug ihn nach Hause. Emily sagte lachend, da brauche ich heute Nacht wohl keine Angst, um meinen Siegerkuchen zu haben. Oliver hat jetzt bestimmt genug. Edmund Boxwood sah Emily mit einem Grinsen an. Dass Oliver je genug von Kuchen haben wird, glaube ich kaum. Spätestens morgen früh hat er wieder Hunger. Amen. Amen. Amen.